Nein! Falsche Richtung! Ich fahr wieder im Kreis! Was ist das denn jetzt? Wie ich einfach falsch abgewogen bin! Kacke! Wer war jetzt letzter? Ich, bei Louis. Ah nein, Nico war verletzt. Es ist aber schön, dass du das einfach so anlässt. Ja, ich hab gedacht jetzt bei 3-2-1. Mano! Ah, sehr schön. So, dritte Runde Mario Kart. Eigentlich müsste Mu jetzt endlich mal wieder verkarten. Glaubst, es hackt? Nee, ich glaub... Alter, was ist denn... Was ist denn mit dir kaputt, Mann? Wie kann das eigentlich sein, dass du so viele Abonnenten und Fans hast? Ich gehör zu den lauten... Wenn die 14-jährigen Mädchen wüssten, was für ein Assi du nicht bist! Der hat mich letztes Mal nicht mal zum Essen eingeladen. Was? Der hat mich zum Essen eingeladen. Ja, du hast alles abgeschnurrt, du Arschloch! Und ich hab versprochen, ich komm nochmal wieder. Ja, natürlich. Dass er auch kostenlos zu essen bekommen, natürlich kommst du wieder. Soll ich dir jetzt nicht so was rausgeben? Voll gemein. Nee, du hast eh kein Geld. Das weißt du auch gar nicht. Natürlich wissen wir das, die bezahlen nicht. Vielleicht hab ich auch noch andere Einnahmen. Nein. Verdammt. Jetzt nehmt doch mal die neuen Karten und nicht mal die uralten! Hast du ein Problem, oder was? Ja! Vielleicht hast du dann keins mehr. Geh mal ein bisschen vor die Schneemänner fahren. Wer ist denn jetzt diese hässliche Daisy? Das bin ich, Mann! Das ist Musik schon immer, Arne! Warum frage ich auch? Warum bin ich auch so dumm? Oh, nein! Motor kaputt. Die ganze Strecke geht nicht vorbei. Getriebeschaden war das. Nein! Wer hat denn da ne Bombe hingeschmissen? Welcher? Der Vogel! Okay, wir waren alle im Arsch. Alles klar. Ich komm hier nicht hoch! Ratet wer erster ist? Ratet wer erster ist? Ratet wer erster ist? Ja, ja. Wie lange wer es nicht bleibt? Wie er dann alle drei vor allen Dingen total synchron sein. Ja, guck. Jetzt komm ich hier. Ich mach's so. Jetzt bin der Erste. Ah, fast hätte ich dich nicht gedrängt. Ja, genau. Mit dem Pilz. Oh shit! Du hast einfach schon die krassen Kart-Teile freigeschaltet. Warum ist da ne Bandane, Mann? Weil ich sie hingelegt habe. Sie war im Inventar. Sie war im Weg. Geh weg! Geh mit deinem scheiß Stern einfach sonstwohin. Ah! Schneemann! Er kam aufs Licht! Ja, in der Luft! In der Luft! Der blöde Panzer! Ich hab's die ganze Zeit auf dem Radar gesehen, dass er so ein Pingpong wie sich hin und her kam. Ich glaube, mein Steuerpad geht langsam kaputt. Es hakt. Es hakt die ganze Zeit. Ja, ja. Nein, nein. Das Spiel hat mit dein Cockpit an sich. Ich glaub's hakt. Komm her! Komm her! Du hast geleckt! Du hast geleckt! Du hast geleckt! Ja, ja! Ich hab dir Videobeweis. Warum kann diese Frau nicht lenken? Was ist los mit ihr? Was ist eigentlich hier, wenn so zwei mit so zwei behinderten Schwänzen gegeneinander kämpfen? Ich weiß es nicht! Das passiert! Okay, wir wissen's jetzt! Scheiße! Wir beide verlieren. Das ist... Genau. Niemand sollte jemals Daisy fahren, weil Daisy ist einfach schlecht. Ja, genau. Das ist mir Daisy schuld. Der Nagelige ist Feuerkreuz. Ich finde, eigentlich müsste Mario gewinnen. Mario müsste eigentlich gewinnen, weil der Spielschieß hinein benannt ist. Erster! Achso, scheiße, ist doch eine Runde! Daisy, hallo! Kasse dich! So sehr! Ich weiß nicht, ob du mit den Bananen... Na, wir würd's hier gleich hören. Ich hab leider die Wand getroffen. Au! Mein Wagen ist so lahm! Oh, warum meine Sagen? Diese Rechtswand, man! Ah! Der Berg ist so steil! Super! Da hast du mich zweimal abgeschossen und was ist draus geworden? Oh, warum meine Sagen? Das war aber knapp an der Kante, wa? Tschüss! Was ist denn hier? Das ist ganz schön lang gebraucht, bis das Ding mal explodiert ist, Christian. Ja. Wie weit zurück häng ich denn, Alter? Alter, jetzt harte mal! Jetzt geht das schon wieder los! Immer so kurz vorm Ende! Ich seh es schon wieder kommen! Ich seh es schon wieder kommen! Komm runter! Er hat ein Loch! Ah, schade. Naja! Mist! Was zur Hölle, Mann? Och, Mann! Der Frau kann man nicht fahren! Ich will einen anderen Charakter! Ja, mhm! Der Frau kann man nicht fahren! Wovon träumst du Nacht? Willst du gar nicht wissen? Nee, eigentlich will ich auch nicht. War nur so eine Andeutung. Auf was? Ach, weiß ich nicht. Ach so. Auf, auf, äh... Das ist ein Sprichwort halt, Menno! Wie Scheißdreck ist das? Hm. So, Cooper. Es ist Zeit für Cooperstrand, würde ich mal sagen, ne? Uh! Ich wäre nochmal für Regenbogenboulevard, was so schön ist. Oh, Wuhu-Rundfahrt. Die ist aber ganz cool, die mag ich. Oh nein! Die mag ich! Oh, nein! Deine Lieblingsstrecke fahren. Oh, Mann! Oh, Mann! Auch wenn man, auch wenn man hier nicht, ähm, nicht mehr abkürzen kann. Wobei der andere... Wobei der andere... Da kann man nicht mehr abkürzen, ich strahle mich. Nein, 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 nein! Das war doch hier ein Bug. Das war die andere. Ja, stimmt. Das war die andere. Das hier ist doch ne neue Map. Nein, die neue war auch ne... Fuck you! Fuck you! Ins Gesicht! Ihr Witzahne! Nicht Balou überholen, das ist gegen Todesstrafe und so. Weil ich bin gegen die Todesstrafe. Das war falsch formuliert. Oh, ja. Keine Bananen auf die Straße. Immer stell dir mal vor, da fährt jetzt ein Auto drüber. Das ist Chris, der kommt. Der will mich treffen. Nein, geh weg, geh weg! Oh, Alter, schnell! Ich fahr lieber vor die Wand, als gegen so einen blöden Stern. Luigi kommt! Ist das also ne Strecke, die man immer wieder fährt, oder ist das mit Etappen? Wie Regenbogen-Goulevu. Wie Regenbogen-Goulevu. Alter! Gut durchgefahren! Ich bin sehr stolz auf dich! Das war so offensichtlich, Alter! Unwitz! Du bist da Kilometer drauf zugefahren, ne? Und konsequent. Alter! Du hast gedacht, bohrt du dir? Scheiß drauf! Ich fahr jetzt rüber! Das sah echt sehr professionell aus. Wie gezielt. Meine Banane bringt euch um! Oder auch nicht. Kugel will die Bitches! Kugel will die! Das gibt's doch nicht. Bleib so! Was war das denn? Nein! Der hat an der geglitscht. Ja genau! Nein! Ja ist klar! Nein! Was ist das denn für ne... Die Kurve nicht gekriegt! Das war zu schnell! Mist! Goldener Pilz war eigentlich... Das war eigentlich erster, Nico! Wie kann man das denn verhauen? Weil ich die Kurve nicht gekriegt hab! War zu schnell! Das war einfach nur bergrunter! Ballern wie blöd! Nein! Aber hinten war doch die Kurve! Die Kurve! Die Kurve war da! Die Drifte! Hab ich doch gemacht! Ich bin doch gegen die Wand gedriftet! Oh Gott! Die heult und fährt gegen ein Autogegen! Das ist die nutzloseste Frau der Welt! Läuft bei dir! Wirklich! Oh Gott! Ich will ihn schneller! Alles wird gut! Buh! Kannst du eigentlich schon wieder verlierst? Ja! Das siehst du richtig! Komm wir nehmen die beschissenste von allen! Boah! Die Instrumentalfiste mag ich aber eigentlich! Sehr gut! Ernsthaft! Das ging Kuperstrand! Das ging Kuperstrand! Na der ist ganz okay! Um einen Satz zu wiederholen! Hier haben sie die Abkürzung gekillt! Welche? Die du mir auf die Nerven damit gehst! In jeder alten Map! Dann haben sie Abkürzung weggemacht! JEDE! Ja! Aber hier kannst du doch jetzt immer diesen Tunnel nehmen! Da brauchst du doch keinen Pilz mehr für! Welchen Tunnel! Alter! War ein Wasserfall! War ein Wasserfall! Was bist du denn für ein Mario Kart Arsch! Da war ich 8 als das rauskam! Ja wo ist das Problem? Da erinnere ich mich nicht mehr dran! Was? Ja du hast mir das! Hast du 8 machst? Nein! Also ja! Aber nicht mehr so doll! Zumindest nicht an Mario Kart abkürzung! Aber das ist doch Grundwissen! Alter! Fuck you! Geht's noch bei euch? Ja! Du wirst mich davor abgehalten gegen die Wand zu fahren! Dafür danke ich dir! Wer? Ich? Nee! Ja gut! Näh! Ich kenn's voll schön wenn ich da wenn das nicht passieren könnte! Und boom! Auch wie erwartet mit den roten Pilzen! Er ist ja nicht doof, ne? Er fehlt mir gescheuert und geh in den Blaupanzer rein. Ja. Kann's mal so aus, mal knicken. Ich hab die schon wieder nicht getroffen. Was ist dein Problem, Alter? Und so war das Netzwerk für immer zerschlitten. Super, du hast den Krebs gerötet. Nee, auf die entfernen. Komm her, du Rade. Nein! Falsche Richtung! Ich fahr wieder im Kreis! Was ist das denn jetzt? Wie ich einfach falsch abgewogen bin. Kacke! Ich glaube, den hab ich als Vierter bekommen, aber dann seid ihr alle einfach an mir vorbeigefahren. Nee, gar nicht. Ich bin einfach an euch vorbeigefahren. Oh, das gibt's einfach nicht. Ich kann nur so viel Pech haben, ich. Ich hab da was für euch. Fuck you! Ja! Ja! Sorry! Was soll ich alle? Scheiße! So sehr! Das ist Mario Kart in der Reinkultur. Oh mein fucking Gott, Alter! Vor dem Ziel, Mann! Ich hätte reinfallen können durch die Explosion. Es tut mir ein bisschen leid, aber nur ein bisschen. Ey, das ist doch nicht wahr! Mann! Mann! Oh Mann, ich bin letzter! Ihr macht das doch extra! Ich bin eine Überraschung! Alter, was soll das denn heißen? Das ist scheiße Spiel! Ich bin ja auch schon alt. Ja, jetzt komm ja so. Ich muss das echt mehr trainieren, also wenn wir das jemals nochmal aufnehmen, dann übe ich vorher. Hm. Ich schwör. Ach so, Jan! Das fand ich, das fand ich so lustig, ich musste sofort aufs Kno. Nein, ich wollte Mario Pisse 2 wählen! Pfff! Hast du noch? Ja, das war knapp. Was habt ihr denn? Was ist mit euch eigentlich verkehrt? Merkst du eigentlich, dass du nur Gammelpisten auswählst? Na und? Lieber Gammelpisten als Gammelletzer. Einer bericht auf den Punkt. Das ist kein Argument, das zählt nicht. Motor kaputt. Nächstes Mal lasse ich meinen Bruder spielen, so und tu so, als wenn ich fahren würde. Der kann das wenig fließen. Tag! Was wollt ihr eigentlich alle von dir machen? Kuscheln! Okay, komm her. Gibt's hier denn noch die Abkürzung oder haben sie die auch weggemacht? Haha, nein, die ist noch da! Die ist noch da! Allerdings gehört die zum grundlegenden Spiel. Und nicht so wie früher, da war die in Glitch oder was? Weiß nicht. Gehört zum grundlegenden Spiel. Presse! Bin nicht letzter, ich darf... Cool, drei! Hallo, hallo! Was ist hier los? Was ist das Spiel, man? Es hat sich nicht getroffen! Was? Nein! Wieso hatte ich das nicht getroffen? Was? Weil ich den Pilzen davon gefahren bin, keine Ahnung. Achso, wenn er runterkommt und du benutzt einen Pilz, dann konntest du ihn flüchten. Ja, wenn er so eine hundertstel Sekunde Genauigkeit hat. Ja, ja, ja. Das ist ganz schön viel Glück. Bin trotzdem nicht erster geworden, weil ich dank der 15 Milliarden Pilze um die Wand gefahren bin. Das war die Freude. Immer. Immer wenn ich mich freue, fahre ich gegen eine Wand. Weißt du, jetzt hat Koopa ist letzter, kriegt jetzt wieder irgendein Imba-Item. Ja, so wie ein Pilz zum Beispiel, total Imba und macht alle weg. Gib mir was krasses, gib mir was krasses, jawohl. Los, kommt her! Schnell noch drei vorbei, an allen, an allen, an allen! Nein, 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 wie er in den Sand fährt! Wie er in den Sand fährt! Wieso hört der in der Kurve auf? Ich war auch eine Banane gefahren. In der Kurve! So, dann bin ich einmal zugeben nochmals letzter geworden, aber ich bin noch einmal zweiter und einmal erster geworden. Also ich bin ganz zufrieden. Oder fahren wir noch eine Runde? Ist noch eine? Haben wir noch eine? Nein, ich glaube nicht. Ah, sehr schön. Wer ist der Letzter? Baluiii. Kenn ich nicht. Boah, boah, boah. Machst du ne Scheiße! Schönes Spiel! Ja, habt ihr toll. Das ist schön, das ist wunderschön. Ja, ähm, das hat Spaß gemacht. Ja, war richtig lustig. Darauf hängt freundliches Hallo! Viel Glück! Und etwas nach sich bitte! Hier! Das war ein Spaß! Ne, hier! Das war nicht fair! Ja, das ist der König für den König. Nächstes Mal schlage ich dich! Ach so, ähm, ich glaube wir sind fertig. Jo! Ja! Ja! Dann? Daher verabschiede ich mich jetzt. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir machen das bald mal wieder. Genau, und wenn euch das gefallen hat und ihr wollt, dass Mu noch mehr Parts macht, dann gebt bitte mal im Musicians Video einen Daumen nach unten. Und mal dem Rest übrigens einen Daumen nach oben. Ja, genau. Wenn ihr das auch so schade findet, dass ich immer letzter werde, dann Daumen nach oben. Meldet bitte im Musicians Video wegen, keine Ahnung, hasserfüllten Content oder so. Bitte meldet mein Video nicht, das ist natürlich total wundervoll. Okay, bis dann!